Hallo und willkommen zum heutigen Space Astronomy mit dem Stefan, hallo. Hallöchen. So, irgendwie machst du so einen runden Schatten. Na und? Ja, wir haben ein bisschen... Ich habe die Schmiede jetzt ein bisschen größer gemacht. Genau, ich habe die Schmiede ein bisschen größer gemacht. Ich habe mir so ein Lambex gebaut. Wir haben jetzt da unten ein bisschen Eisen gefarmt und haben so eine Tool Forge gebaut, dass wir die etwas größeren Geräte jetzt mal haben. Das ist dann halt die nächste Quest. Das ist diese Quade, einen Iron Hammer. Da bin ich gerade dabei. Man muss sich als erstes natürlich die Vorstandserteile erst mal bauen und danach halt Stone upgrade. Jetzt muss ich daraus die normalen Chests daraus machen. Dafür brauche ich sicher Gold. Da habe ich mal vorhin erst mal eine Eisen Pickaxe gemacht und mir die erstmal abgebaut. Du kannst zwei Sachen abbauen. Ja, deswegen habe ich gesagt, wir müssen ein bisschen Eisen opfern, um das hinzukriegen. Dann funktioniert das schon. So, jetzt haben wir 16 Gold hier drin. Das heißt, jetzt lege ich mal kurz so einen rein. Da muss ich meine Playliste ziehen. Ich habe mir extra eine Musik angemacht. Die Playliste aus. Ich habe hier im Übrigen Lava. Lava ist gut. Das schüttet jetzt alles mal da rein. Weil sonst müll ich uns die ganzen Kisten mit irgendwelcher Lava zu. Okay, also das ist erst mal full. Das passt erst mal. Pass auf, es ist ja dunkel, ne? Ich weiß, das habe ich gerade gesehen. Ich habe auch gerade gesehen, dass ich auch Optifan geholt habe. Ja, lass mal kurz hinlegen. Komm. Also. Weil die Mobs ist so richtig krass. Du, 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 du. Nein, dieses Buch wollte ich eigentlich jetzt nicht essen. Komm. Eigentlich nicht. Weil die Mobs, die jetzt da langsam kommen, da mit dem ganzen Rüstungszeug und so. Die sind schon echt übel, Alter. Da bist du schon so lange am Topf umhauen. Weil wir halt auch keine wirklichen Waffen haben. So, äh, Questbuch. Wir sind jetzt soweit. Wie gesagt, das hat er vorangerangt? Ne, doch. Leck mich doch. Ach ja, genau. Jetzt muss ich das gießen. Ja, klar. Gut, haben wir ja schon das schon, das Eis und was da drin ist. Gieß es aber gleich doppelt. Beziehungsweise, warte mal, wir brauchen, du machst das gerade den Hammer, ne? Ja. Wir brauchen dieses Gesicht viermal und den Hammerkopf, den Hammerkopf zweimal und den, den Griff zweimal. Also das Gesicht brauchen wir viermal. Wie viele Eisen haben wir drin? 21, das reicht nicht. Na, na. Ah, ich habe noch vier im Winter. Ja. Weil ich heute das restliche Eisen auch noch was wir hier haben. So, schmelzt alles ein. Ja. Ja, haben wir gar kein... Ich habe bei mir in dem Militar noch Eisen. Weil der Hammer ist jetzt gerade für uns, fürs Farmen relativ gut, ne? Ja. Ja, hier ist ja noch ganz viel Eisen drin, ne? Ich habe gerade reingemacht. Durch die eine Quest habe ich 32 Eisen gekriegt. Ja, die habe ich auch bekommen, die wollte ich auch gerade da reintun. Also vier Stück brauchen wir davon, ne? Naja. Von dem Gesicht. So, los, schmelzt durch. Nur kurz einen Schluck gerade genehmigt. Wie viel, ähm... Wie sagst du das von den Platten? Drei. Das ist kein Eisen mehr da. Was für ein Zufall. Ja, ich habe auch noch 34 Eisen-Minister. Ich bin auch vorhin einmal gestorben. Genau. Burn to death. Ich habe sogar noch... Äh, 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 wo denn? Da. Burn to death. Ja, aber ich meinte, so Lavas schwimmen könnte man machen, muss man auch nicht. Gut, ich dachte auf ein halbes Set, da geht es nicht weiter runter. Falsch gedacht. Kann sich kein Wasser einmal. Na komm. Wir haben sogar noch 8 Gold, das heißt, wir können noch mal 8 Casings machen, so. Okay, also, ähm, Iron ist unten drunter. Kannst wieder weiter gießen. Na doch, Gott. Jetzt hast du nur noch die, die zwei Hammerköpfe und dann, äh, die, die Rotter. So, was raus? Ja, müsste reichen. So, Hammerkopf ist natürlich ein bisschen größer. Vom Volumen her. Ohohohohoho. Bei 14 waren wir, bei 18 mal jetzt 6 brauchst du. Dann hast du, das heißt, du kannst nochmal 6 machen, dann hast du noch 2 irgendwas drin, flüssig. Jo. Und schmelzt aber gerade auch schon was durch, also. Müsste rein theoretisch schon passen. Kein Lava mehr. Oder? Ach, Eisen, gib doch mal Gas. Kann man nicht, kann man das Ding nicht irgendwie schneller machen? Ne. Aber ist gleich, ist gleich fertig. So, Insta-Smell. Kannst ja mal das Feuerzeug nach oben ran halten, vielleicht geht's ja noch ein wenig schneller. Kann ich noch einschützen. Hallo? Los, jetzt machen wir uns den Hammer. Oh, ich kann mein Weizen jetzt fertig. Yeah. Ähm, gibt's eigentlich, ähm, das Teil eigentlich auch, wie heißt nochmal, was war, ähm, auch dieser Sprinkelanlage, wie war das, wie heißt das Ding nochmal? Gibt das von Open Blocks? Ich weiß es nicht ganz genau. Ja. Gibt's eigentlich. Ähm, warte mal, muss ich das craften? Oder muss ich es nur herstellen, das Brot? Weiß ich nicht. Ich, ich brauche einfach bloß 10 Brot bei mir. Weiß ich nicht. Ich, ich brauche einfach bloß 10 Brot bei mir. Ich schaue gerade. So. Pulverizer. Segment. Segment. Hammer. Na gut. Wer liegt da jetzt? Oh, danke. Glaube ich nehme den Diamanten. Wegen was? Du kannst halt, äh, weißt du, du kannst normalerweise, wirst du ja auch was aussuchen können. In dein Questbuch. Äh, ja. Ach du Scheiße. Jetzt, jetzt. Oh, Alter. Atomic Dis... Was? Alles klar. Disassembler. Crafter, this tool is really powerful for every, for every job. Okay. Der macht quasi alles. Was, was? Ne Lasergun? Ja, geil. Hoppa, unser Lasergun. Ich, wollte ich gerade machen. Heavy Duty Duels. Loil. Was? Raygun. Leil. Ja, ich glaube die werden wir auch brauchen. Warte, wenn wir irgendwo Fremden daneben sind. Haha, ja genau. Ja. Galacticraft. Wir müssen die ersten Maschinen bauen. Alles klar. Was? Was haben wir denn hier? Wie die erste Maschinen? Ach du Scheiße. Hä, wie so erste Maschinen? Hä, verstehe. Hä? Du redest absolut in Rätseln. Hä? Hä? Wie? Für was erste Maschinen? Galacticraft, du Scheiße. Ja, ja. Für was, wo, überhaupt? Ja, guck dir mal vom Lasergun die Rezepte mal an. Ja schon, dann kommen wir da erstmal noch nicht weiter. Wir müssen erstmal im allgemeinen Ressourcen sammeln. Ich guck mal was ich hier so machen könnte. Also ich nehm den Emerald. Oh, ich hab den Diamanten jetzt fack genommen auf meinen Hammer grad gepackt. Ja, da sind, da sind 50 Prozent. Der Emerald ergibt 50 Prozent mehr. Bang. So, und den Emerald. Mining Level Redstone. Okay. Weil den Diamanten finde ich da unten jetzt locker easy zackig. Mining Level Obsidian. Naja schon, aber den Diamanten finde ich jetzt da unten relativ zackig. Ich brauche jetzt mal ein paar irgendwie Chests. Gibt es denn irgendwelche größeren Chests? Von More Planets gibt es irgendwelche Chests. Galactic, warum haust du mich? Ja nur so. Treasure Chest. Chest Piece. Gibt es keine richtigen anderen Chests. Gibt nur die normalen. Gibt nur die normalen. Na die kann man was drüben. Gibt nur die normalen Chests. Ah fuck, oh oh. Was? Ja wir sind jetzt fahren runter. Achso. Hast du Dinger dabei? Hast du ähm. Ja fucken 49. Was ich eben ist das hier eigentlich. Bei fucken habe ich noch keine. Wir brauchen vor allem langsam mal essen, alter. Naja. Einer kann ja meinen gehen, der andere kann ja Essen holen. Und so. Ich komme da. Nein, hier werde ich mit dem Buch gehen. Was kann man daraus bauen? Hm. Das sind diese komischen Kristalle die es da unten gibt. Ja. Ich habe aber keine Lust auf Essen. So. Ja. Bist du schon bis ganz runter gegangen? Nee, noch nicht. Wo ist das Eis denn die einsammeln? Na ja. Ein guter Freund. Easy. Hier schaut es, das sind diese Teile die ich vorhin gefunden habe. Na voll. Ey. Locker easy hat man kaputt gemacht. Warum machst du es kaputt? Bist du bekloppt? Warum? Jetzt haben wir den Defekt nicht mehr, danke. Welchen Defekt? Die hat mal Heist gerade drauf gehabt. Echt? Ja. Ja. Du bist so ein Spacken ey. Ja wusste ich doch gar nicht. Hab ich ja nicht drauf geachtet. So. Hattest du hier zugebaut? Ja ja aber schon. Was tropft die? Also da vorne nicht ja. Was tropft die schwarz von der Decke? Öl. Echt? Geil. Ich bin noch nicht reingegangen. Ich weiß nicht ob es da irgendwelche Effekte sind. Was bei Öl weiß ich nicht ob es da irgendwelche gibt. Spalte. So. Was brauchen wir jetzt eigentlich generell? Ja alles. Ja alles. Was brauchen wir jetzt eigentlich generell? Ja. Da auch ne Redstone. Dias. Dias wäre man nicht. Dias wäre nach jeden Fall geil. Also hier ist Max Lieblingsblock. Also einer davon. Was? Welche? Komm mal rüber. Wo ich mich hier runter gegraben hab. Also was auch immer ich jetzt hier gerade aufgemacht hab. Das ist komisch. Ja das ist Öl. Das ist kein Öl. Das ist Öl. Öl ist dunkler. Das ist Öl. Das ist Öl. Echt? Ja. Glaubst du doch. Komm mit. Hopp. Du 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 du. Hier. Ohohohoho. Das ist auch so. Das ist auch so ein Teil. Ja. Ich denk mal das wird wahrscheinlich die Vorstufe sein. Hä was hab ich jetzt rausbekommen? Da. Chromatic Dust. Und was kann ich da mitmachen? Gar nichts. Ich glaub das mit dieser Chromatic Mod. Der wird noch sehr interessant glaube ich. Hallo? Du Schwein ist mir meine ganze Erfahrung geklaut. Meiner warum? Das ist auch Schwein. Hol die deine eigene? Was ist das? So. Ich glaub wir mal runter kommen erstmal auf die Ebene. Äh. Oh was ist das denn? Kann ich eh noch nicht abbauen. Und was kann ich nicht abbauen? Diaz. Ich schon. Muss mir da mal einen geben. Dann kann ich auch Diaz. So. Na. So. Du musst dir erstmal in die One Pickaxe bauen. Ne Quatsch ne Eisen Pickaxe. Ne mach ich gar nicht. Du gibst mir einfach welche ab. Hm. Oh was ist das? Weiß nicht irgendwelche. Irgendwas. Jetzt. Hau doch mal ab hier von meiner Seite. Mimi Heat. Alter. Was sind das für geile Blöcke? Was? Detonation Radius. Okay. Upgrade. Upgrade with Oz Mimi Cry. Okay. Leute das ist voll das Cheat Material. Alles klar. Da kannst du aus einem Diamanten und 8 solchen Teilen 2 Diamanten machen. Ja alles klar. Auf jeden Fall finde ich jetzt gerade nie jede Menge Eisen. Ja der gut ist. Alter. Jitzen. Oh. Was denn? Ich glaube ich hab jetzt schon grad gefunden. Oh. Ich hab Badrock gefunden. Der Weltflug. Vielleicht aber die Läge des Rocks. Hä? Okay. So. Aber wer zuerst die ersten Diamanten finden darfst du behalten? Äh das ist Höhe 9. Ich brauch ne Höhe 11. Ne Höhe 9 passt schon. In Mod Packs passt Höhe 9 schon. Ähm. Redstone is haste ne? Äh. 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 Ja. Ich denk ja. Ne. Redstone ist Geschwindigkeit. Ja. Arsch doch. Was ist ein Haste? Haste? Haste ist Geschwindigkeit. Diamanten. Parken. Hier hier. Komm 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 komm. Hä? Hä? Loll. Ich kann sie selber bauen. Hä? Hä? Hau ab. Hä? Geh weg man. Ich hab keinen aufgesammelt. Ey du tötest mich du Schmacken. Hau ab. Ich hab keinen aufgesammelt. Ich hab keinen aufgesammelt. Hau ab. Ja. Ich schmeiß den mal kurz mal ein Zeug entgegen. Welches Zeug? Hau ab mit dem Müll. Der Müll kannst du selber irgendwie nicht schmeißen. Ja zuerst bei dir den Gang grad geschmissen. Loll. Oh Osmium. Ja Osmium mitnimm. Wollen wir dann schon die ersten Sachen von Galactica-Craft dann bauen? Ähm. Ja. Könnte man eigentlich schon tun. Ich mein. Ich mein da hoch. Da hoch fliegen können wir so oder so noch nicht. Weil wir brauchen noch. Wir brauchen noch Sprit. Ne? Also wir brauchen ja Sprit für den Antrieb. Wir müssen Sauerstoff herstellen. Wir müssen uns Sauerstoffflaschen bauen. Und so weiter. Wir müssen ja eine komplette Grundversorgung erstmal hier unten auf die Beine stellen. Deswegen halt auch klar. Wir brauchen hier auf jeden Fall auch Platz. Was? Also so kenne ich das zumindest halt damit so aus. Attack of the B Team. Ja deswegen ist ja die Wüste eigentlich gut. Weil die Wüste ist ja teilweise sehr sehr flach. Ja gut. Das ist egal. Jetzt machen wir um eine schöne Landeebene. Bauen wir da ein bisschen was. Wie fertig ist es? Ich hab Diamanten. Ich hab irgendwie grad voll die komischen Blöcke. Die bringen voll viel XP und ich weiß nicht warum. Also was auf jeden Fall brauchen wir. Was auf jeden Fall brauchen wir. Wir brauchen auf jeden Fall jede Menge Energie. Das sag ich dir gleich. Das ist kein Problem. Big Reaktor auf maximale Größe. Dann haben wir die Energie. Finde ich Spaß noch auf maximale Größe. So viel Energie verbrauchst du nie im Leben. Ja doch. So. Äh. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Okay. Ich bring jetzt mal mein Zeug hoch. Wie schaut es denn aus mit Dings? Äh 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 äh. Äh äh. Me? Ja. Man muss ja schon ranwagen. Wir brauchen erster Material. Ja. Hast du doch selbst so gesagt. Ja. Aber wir müssen doch die Materialien auch irgendwo lagern. Ja. Mach erstmal Kisten. Weil wir brauchen auch erstmal Strom. Oh oh. Oh oh. Easy. Oh das ist wieder so ein Cheatstein. Oh. Ne. Oh oh. Hä? Oh oh. Hä? Oh 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 oh. Und ähm. Ich glaube wir machen jetzt zu. So. Oh. Oh. Okay. Weißt du noch wo es hoch ging? Ja. Ah hier. Okay. Hehehe. Hehehe. Der war das also. Ich denke mal schon. Weil diese. Ja. Wie gesagt. Die Folge ist vorbei. Wollten die auch nicht allzu lang machen. Genau. Wenn sie können dann dann noch um. Und bis morgen. Tschüss. Oh schissen. Oh schissen. Ja.